So, hallo und herzlich willkommen zurück. Fertig mit ohne Pause. Oh, gut. Wo sollen wir anfangen? Ach, er wurde vom Syndicate gefangen genommen und ist auf Ohr! Hm, Heimat ist Greenland & Co. Ich suche ein Fahrzeug, das uns hinbringt. Sehr clever. Ich bin nicht wegen meines eigenen Gemüts hier. Komm mit. Falls wir ein Raumschiff brauchen, kenne ich zufällig einen Hangar bei Smallville, in dem wir eins finden. Alles klar. Ein Foto. Ein Foto mit mir. Hi. So, so. Lächelt doch mal. Ah, perfekt. Dankeschön. Gut, auf geht's. Spielen wir doch mal wieder mit uns. Ist das was? Ja gut, gilt. Also, du ist... Oh, das geht schon. Kleine Fanboy. Das geht schon. hier in der umgebung nach den teilen für meine insektenfalle umsehen ja da muss ich ja buddeln alles klar nein 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 gut also ich kann mal schauen ob er buddeln will die müssen aber nicht an wow wow nein moment das muss ich ziehen ein super gorilla mit mentalen kräften herausforderung ist noch immer als ihr aus da nach vorne da kann ich haben kaputt gemacht und so mit dem reden du befindest dich in gegenwart eines der hellsten köpfe der erde nennst du mich bei einem anderen namen wird meine rache schnell folgen das eide schreckend ich brüte einen plan für den apokalyptischsten apokalypsenapparat aller zeiten aus du siehst aus als könntest du einfache aufgaben erledigen hilf mir und ich verschone deine klägliche existenz eine weise entscheidung mein neuer scherge nun gehe und sammle diese teile für mich wenn du zurückkehrst ruhig alles zum apokalypsenapparat zusammen okay für mich ja auch irgendwie sonst hoch oder war das jetzt einfach gerade mit ihm Na gut. Hoppala. Ich schau mal ganz schnell. Hui. Da unten. Ah, da hab ich jetzt zwei von denen. Ah, okay. Ich verstehe es. Und da komm ich nicht rein? Wirklich? Ha, natürlich nicht. Auf der Natur. Ein Ei. Wow. Wow, evil chicken. Ja, gar die Hühnchen sind böse. Okay, was brauchst du noch? Irgendwas. Das zeig ich mir jetzt gerade an. Interessant. Oben? Noch weiter oben. Noch weiter? Weiter hinten? Genau, auf jeden Fall. Höh? Huch. Keine Ahnung, wo ich bin. Hä? Oben? Oh, auf der Hauptstraße? Oder wie? Oh, das ist ja noch da vorne. Oh, das ist ja noch da vorne, recht. Ach, das war, glaube ich, das zum Auskommen. Oh, wo ist der Typ? Ist doch irgendwas am Kasten, oder nicht? Unter mir. Ah ja. Kannst nicht. Mei. Keine Ahnung, was da drin ist, aber hey. Kann ich nicht tun. Hopp. Ha, 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 ha. Ach, wo bin ich denn? Au, wa. Au. 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 Eka-schinning. Oh, was ist das? Im Ernst? Einfach nur Geld? Schade. Gut, dann nutze ich den mal. Mhm. Ach, davon. Ja, 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 ja. Nein! Karambolage! Ist da hinten los? Irgendwie... Ich verstehe es nicht. Moment, da hinten? Oh, da komm ich hoch. Da komm ich hoch. Entschuldigung! Ah, fast. Obola. So. Ah, komm schon. Nein! Ah. So, Moment. Jetzt. Jetzt aber. Hihihi. Hallo. Ich jetzt zu tief. Nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Ich bin aber nicht hier, um Basketball zu spielen. Ahm. Oh, jetzt hab ich alles. Mit diesen bösen Aldi. Schau mal später wieder. Erzählst, dass man hier oben reinspringen kann. Huiiii. Geht mit Fliegen bestimmt einfacher. Geht mit Fliegen bestimmt einfacher. Hehehe. So. Bin ich auch da? Bin ich auch da? Ich bin auch da. Ja, bitteschön. Bitteschön. Nein. Nein, du musst die Mini-Doo zum Spielen. Aber natürlich bin ich der größte Apokalypsen-Apparat aller Zeiten. Ich nenne ihn Egbert. Egbert. Egbert, der Zerstörer. Verschwinde, Scherge. Ich brauche dich nicht mehr. Wenn die Zeit kommt, wirst du verschont. Tscheng zu. Voll gut. Kann ich den Scherge auch haben? Nee, okay. So. Michael. Oh, mach dir gerade Pause. Das ist aber lieb. Okay. Jetzt aber. Auf geht's. Ups. Gehen wir. Wir haben ein bisschen Zeit verschwendet. Habe ich ja nicht so schlimm. Wir haben ja auch noch nicht geholfen. Aber das will ich ja später machen. Wollen wir mit, äh, Grotzea. Wer weit kommt jetzt eigentlich? Spicker. Womit lässt sich die Anzahl von Gefängnisinsassen vergrößern. Mit Zellteilung. Okay. Auf geht's, komm mal kurz. Oder auch nicht. Visit Small Wheel. Und jetzt. Alles klar. Bumm. Geh auf den Weg. Ich bin nur ein Affe. Der hier vorbei muss. Wenn ihr was sagen wollt, dann ist das nicht mein Problem. Könnt ihr sagen, aber ihr werdet zerstört. Dann fahr doch einfach langsamer. Vielleicht. Weiß nicht. Blaze Comics. Könnt ihr hier rein? Hi. Anscheinend nicht. Vielleicht bitte auch irgendwann mal noch. Gefmischen? Äh, gar nix. Ich hab dein Geld. Ah. Tifonstreich. Okay. Äh. Wo ist denn das? Mit Boot dahin? Oder wo sind die Sets? Da sind die Sets. Okay. Das ist du. Na dann. Das ist du. Mit ihm braucht man einfach kein Auto. Ja. Was auch. Wenn noch längsamer ist. Sonst. Da muss noch ein bisschen Sachen kaputt machen. Hört ja dazu. Wuii. So. Wie in alten Hulk. In alten Hulk-Zeiten. Die Bösen sind nach. Zizi. Gut. Ah. Hühnchen. Kommt wegen der niedrigen Verbrechensrate. Bleibt wegen der privaten Landebahn. Zeit. Ist ja auch so'n Typen. Da ist der Typ. Schön, dass die kennt ihre Scheune für Veranstaltungen. Wollte häng ich sich. Ja. Okay. Small Will. Warum kenn ich das nicht? Schritt 1. Die Unternehmenswelt erobern. Schild 2. Schild 2. Schild 2. Die Welt der Politik erobern. Schritt 3. Äh. Profi. 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 Aber. Ach na gut. Hat hast du uns mal will. Ach. Ich hab nix getan. Hui. Die. Ach. Tatt ist das. Ach. Was. Was. Brainiacs. Ah. 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 Lalalalalalalala. Lass da hin. Lass da. Autsch! Aber deine Siegeschancen sind immer noch winzig. Öh! Hoppala. Das war ein bisschen übertrieben. Ich sollte mich mehr auf den Kampf und weniger auf Wortspiele über Größe konzentrieren. Ja. Vielleicht solltest du das. Kannst du... Kannst du schlagen? Erzähl doch mal, was ihr hier wollt, oder ist ihr nicht nach Smalltalk? Ah, komm schon. Mach doch jetzt einfach mal. Hallo? Da hat's... Ah, da, da ist der Scarecrow und... Äh... Gott. Nicht gleich, weil er... Wiss ich schon. Killer Frost. Ups. Komm schon, Atom. Aha. Kannst du mal wieder angreifen, das wär voll cool. Komm jetzt. Dich zu besiegen wird eine Kleinigkeit. Ohhhh. Sein Herz da ist so... Boah. Ich mein's. Was ist das? Eine Belohnung für mich? Hm. Was ist das alles? Geräte, die die Justice Elite aufbewahrt hat. Ist das Schrott? Nein, nicht für mich. Es gibt noch andere Wege ins All. Wie zum Beispiel diesen Express-Telefon. Oh. 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 Was ist denn los, Sea King? Angst vor ein bisschen Arbeit? Nein. Aber ich hasse es, hier den Helden zu spielen. Wie wir alle. Aber indem wir vorgeben, die größten Wohltäter des Planeten zu sein, können wir uns gehindert suchen. Hier, Sea King. Ein Freiwilliger für dich. Oh. Der Wachturm. Jemand war hier und hat ihn ausgeräumt. Hoffentlich finden wir noch einen Weg nach Oa.